Wie war unser Tag heute? Kurz. Wir sind gestern erst um halb drei in Tegernsee angekommen. Vom Kiln bei der Lissi und haben heute eine Wanderung gemacht. Wir sind einkaufen gewesen. Haben ausgeschlafen. Relativ müde sind wir trotzdem. Mittagsschlaf war trotzdem noch wichtig. Für dich. Für mich. Wir haben vor dem Mittagsschlaf versucht eine Wanderung zu machen, wo uns das Wetter wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir sind heute Richtung Ahornboden unterwegs. Also wir sind vom Silbenstein nach Hinterriss gefahren und wandern jetzt gerade mal die Torfschalte hoch. Und wir haben wieder mal extrem viel Glück mit dem Wetter. Aber wir sind fast trocken bis jetzt. Jetzt gerade kommt ein Gewitter. Und eine Kuh. Und eine Kuh, die will auch hier mit uns her. Servus, Kuh. Komm her. Komm. Ne, genau. Also wir sind jetzt hier. Wir warten ab. Schauen wir, ob wir hochkommen. Wir waren hier im Winter schon mit den Schneeschuhen unterwegs. Unsere erste Schneeschuhwanderung diesen Winter. Und ja, wir werden sehen, ob das Wetter besser wird. Ob wir morgen am Silbenstein Sommertag haben oder nicht. Wird sich alles zeigen für dieses Wochenende. Wenn es jetzt spontan doch noch los ging. Wir haben versucht Richtung Tor, Scharte, Torfscharte, Tortscharte, irgendwo was heißt, der Berg da oben zu laufen. Wir haben es nicht mal so weit geschafft, wie wir es im Winter in den Schneeschuhen geschafft haben. Wir wollten nämlich weiterkommen. Im Winter in den Schneeschuhen war der Weg einfach nicht mehr sichtbar. Keine Spur. Heute hat es einfach geregnet. Und zwar richtig geregnet dann. Und geklützt und gedonnert. Und wir haben uns vorher schon zweimal Pause gemacht. Mit irgendwelchen Kühlen unter irgendwelchen Däumen. Aber das war too much dann am Schluss. Und jetzt sind wir am Silbenstein gefahren. Da vorne ist irgendwo ein Seefest. Die schlifft es jetzt auch so richtig schön ein. Ich habe noch eine Angelkarte für morgen geholt. Wir werden morgen durch das Boot aufpumpen. Da haben wir ein klein grünes Bummiboot. Ja. Und dann haben wir morgen ein bisschen über den See hier schifftet. Weil wir sitzen jetzt fast am See. Wenn es nicht angelaufen wäre. Wir sind im See. So sieht es zumindest aus. Genau. Also wir sitzen am See. Wir werden morgen früh das Boot aufpumpen. Die Angel mitnehmen. Und dann auf dem See den Tag verbringen. Mit Rudern, Paddeln, Angeln. Sonnen, relaxen. Ja, hoffentlich Sonne. Hoffentlich Sonne vor allem. Ganz wichtig. Endlich Sommer Sonne. Weil das Wetter ist echt abartig. Gerade hat es einen solchen Duscher getan. Und nochmal gepfetzt und gedonnert. Selina hatte schon Angst drum. Wunderbar. Der Himmel ist blau. Erzähl von heute. Von heute. Heute. Haben wir unser? Gut eingebaut. Ups, das ist ja flach. Gut und hart. Ja, es hat aber geheilt. Wir haben die Luft jetzt weiter drauf gelassen. Alles super funktioniert. Es ist ein bisschen schwer zu tragen, bis man unten am Wasser ist. Weil wir dann doch da den Weg so runter... Aber hat Spaß gemacht. Wir waren angeln unterwegs. Wir auf einer Kiesbank oder einem Strand drüben, wo wir für uns alleine hatten. Haben gefangen einen Farsch. Sehr groß. Haben wieder freigelassen. Ähm. Genau. Hat Spaß gemacht zu rudern. Und jetzt wird gegrillt. Und wo sind wir? Wir sind am Silbenstein. Immer noch. Genau. Immer noch. Hier gibt es lecker größer. So geil. Schöner Parkplatz. Wir sind noch wieder alleine auf dem Parkplatz. Also Wohnmobil technisch. Ja, es sind noch ein paar Autos da. Ein paar Autos auch noch. Aber das war's. Beim Frühstück standen mit uns vier andere Wohnmobile. Ein Papa mit zwei ganz süßen Kindern. Und drei Alkofen Wohnmobile standen da, die auch alle zum Frühstücken hier waren. Ich dachte gerade, du sagst drei Alkoholiker. Drei Alkoholiker Wohnmobile. Nein, drei Alkofen Wohnmobile waren auch hier. Also wahrscheinlich, wenn einer anfängt, kommen alle nach. Das hast du ja heute gesagt, Selina. Mhm. So war's dann auch. Und das Wetter ist super heute. Jetzt gerade nicht ganz leicht bewölzt. Aber schade jetzt auch noch, weil es gut warm war. Man musste sich heute gut eincremen. Wer hat das nicht gemacht? Diese Lena. Diese Lena. Und die ist jetzt auch knallrot. Die ist jetzt gleich mal hier auf ihre Beine. Ja, man sieht's glaube ich nicht so. Ich habe Schmerzen. Ich werde das nicht mehr tun. Nur noch einschmieren. Und du weißt, es wird gut für dich ausgehen. So, Servus. Schmiedermann. Es ist Montagmorgen. Nachfahren wir nach München. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Ich werde der Vorhersage für die nächsten Woche nicht. Sehr gut. Wir hoffen mal, dass es wirklich hält. See you next week.